Ich glaube auch vom sportlichen Erfolg war es natürlich direkt eine perfekte Saison, wo man sich auch einfach heimisch fühlt und weil alles natürlich sehr gut gelaufen ist. Von daher sehe ich Darmstadt schon so in den Städten, die ich jetzt war bisher, als Lieblingsstadt. Ich habe ja auch schon oft gesagt, dass ich mich hier mit meiner Familie sehr wohlfühle. Also das pusht mich natürlich schon jedes Heimspiel. Wenn es dann eine gute Zeit ist, eine gute Uhrzeit ist, wo meine Tochter auch mitkommen kann, wenn es nicht allzu spät wird, sind sie immer dabei, unterstützen mich und natürlich jetzt werden wir zusammen auf der Tribüne sitzen und zusammen das Spiel anschauen. Sie sort sich natürlich selber aus, es gibt natürlich viele schöne Sachen, die sie machen kann. Von daher bleibt es ihr überlassen. Aber wenn sie das gerne machen möchte und Papa nacheifern möchte, dann kann sie das gerne auch tun. Nimmt sich einfach den Ball, schießt einfach mal weg und sagt dann Papa Tor. Richtig süß und sie kann auch schon Lilje sagen, sagt sie auch immer, wenn sie im Stadion ist. Und ja, das registriert sie schon und macht es auch. Und jetzt fliegen! Oh Mann! Mann! Hahahahahaha 40 Jahre herz